Hey Leute und willkommen zu diesem Vlog. Ja Leute, ich werde gar nicht so viel vorab reden und ihr hört wahrscheinlich auch schon eine andere Soundqualität. Ich nehme das Ganze noch kurz im Urlaub auf, weil ich das Video direkt publishen möchte sozusagen. Also ich werde das im Auto schneiden oder im Flugzeug schneiden oder so. Werde ich mir überlegen, wann ich das schneiden werde, aber ich werde es auf jeden Fall, ja, irgendwann auf der Reise sozusagen schneiden und deswegen nehme ich das hier noch im Urlaub auf. Ihr habt eine andere Soundqualität, weil ich jetzt mit meinem älteren Headset aufnehme, also das ist immer noch mein aktuelles Headset, aber ich habe ja jetzt ein Mikrofon und ein Standmikro, das rote Podcaster. Deswegen habt ihr das Mikro hier lange nicht mehr gehört. Ich hatte das sehr früher als Mikro und das ist auch völlig okay. Bloß das Standmikro ist halt einfach besser, hört sich auch einfach alles anders an und so. Ja, also im Vergleich ist es okay, aber ja, es ist nicht das beste Mikro, aber ich denke es ist akzeptabel und ich werde in diesem Vlog auch gar nicht so viel reden, also seht ihr im Hintergrund schon, ja, ein bisschen was aus dem Urlaub hier. Und ich wollte nur sagen, dass hier, ja, die ersten Tage richtig gutes Wetter war, dann wurde es ein bisschen blöder und dann wurde es wieder halb frutes Wetter, aber für den Herbst ist es auf jeden Fall richtig cool, also wenn ich da mir überlege, ich bin jetzt hier die ganze Zeit mit kurzer Hose und T-Shirt rumgelaufen, während in Deutschland man schon, keine Ahnung, irgendwie den Kamin anmacht, weil irgendwie 6 Grad Hose sind, also schon nice. Und ja, das wollte ich euch nur nochmal so sagen, jetzt seht ihr ein paar Ausblicke, es war jetzt nicht so viel im Urlaub, also es war auf Mallorca für Deutsche, die es jetzt nicht wissen, ja, es war jetzt nicht so viel jetzt an sich, was ich hier gefilmt habe, weil es einmal nicht so viel gab, was man jetzt filmen konnte, aber es war auf jeden Fall cool der Urlaub und ich werde jetzt auf jeden Fall auch wieder aktiv auf YouTube sein, wieder aktiv auf den Zörern spielen, wieder jeden Tag ein Video machen, wieder aktiv am Streamen sein, wieder jeden Tag, ja, online sein, mit euch zocken und so weiter, ja, also freut euch auf die nächste Zeit, wir dürfen voll cool, teilt den Vlog, wenn er euch gefällt, ja, und jetzt noch viel Spaß weiter mit dem Vlog, haut rein und ciao! Und jetzt noch viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.